Wie funktioniert die Programmiersprache OsoBlockly? Neben der Farberkennung kann der OsoBot auch klassisch programmiert werden. So kann er sich frei im Raum bewegen, ohne Linien folgen zu müssen. Um mit der Programmiersprache OsoBlockly loszulegen, benötigst du einen Laptop oder ein Tablet mit einer funktionierenden Internetverbindung. Nun öffnest du den Webbrowser und gehst zu der Webseite osoblockly.com.editor Das Willkommensfenster kann einfach weggeklickt werden. Im Zentrum findest du den Code-Bereich. Links daneben liegt die Blog-Bibliothek. Über der Blog-Bibliothek hast du die Möglichkeit, unterschiedliche Level der Programmierbefehle auszuwählen. Level 2 ist genau richtig, um sich in der Programmiersprache OsoBlockly zurechtzufinden. Die einzelnen Befehlkategorien sind Bewegung, Lichteffekte, Timing und Schleifen. Rechts im Bild findest du eine weitere Menüleiste, die dir verschiedene Möglichkeiten bietet. Du kannst dich zum Beispiel mit einem Account einloggen. Es gibt eine Hilfsseite bei Problemen. Du kannst Beispielprogramme laden oder die Einstellungen ändern. Wenn du wissen willst, wie du dein Projekt auf den OsoBot laden kannst, schau dir unser Visio dazu an.